Hallo Leute und willkommen zum zweiten Teil vom Live Commentary, viel Spaß! So, nächstes, nächstes Pack, was ist da los? Weil die, ja, hatte ich mir gedacht. Nächstes Pack und, oh jo! Der sieht aus wie Emenike. Emenike ist Biest. Okay, drei Packs sind noch drin. Und, Schana, was ist da los mit dir? Okay, zwei Packs noch. Kuba auf dem Cover bringt uns nichts. Oh, Bytes. Das bringt auch nichts. Ich will abstoßen. Das letzte Pack für heute. Au, Diego, Diego Sousa. Mit Pace. Und damit endet das Pack und bis zum nächsten Mal. Peace, ich hoffe, ihr habt es irgendwie gemögt oder so. Hau rein!